Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Roland Marzinowski. Ich bin der Produktionsdramaturg des Musicals Die Goldberg-Variation, das am 28. November letzten Jahres Premiere hatte. In dieser Einführung möchte ich Ihnen einige Informationen zu diesem Abend geben und Sie auf ein, wie ich denke, interessantes Theatererlebnis einstimmen. Das Staatstheater Karlsruhe ist das erste Theater, wo Sie das berühmte Schauspiel von George Tabori in einer Musical-Version sehen können. Die Kompositionen stammen aus der Feder von Stanley Walden, der als Bühnenmusiker auf eine lange Arbeitsbeziehung mit dem 2007 verstorbenen George Tabori zurückblicken kann. Die Uraufführung des Sprechtheaterstückes fand im Juni 1991 am Wiener Akademie-Theater statt, vom Autor selbst in Szene gesetzt. Viele Kritiker bezeichnen es als Taboris bestes Stück. Und tatsächlich ist an diesem Abend etwas Außergewöhnliches gelungen. Ein philosophisch-theologisches Theaterstück, eine religiöse Farce und Backstage-Komödie zugleich. Aber zuvor einige Informationen zum Komponisten. Stanley Walden wurde in den 30er Jahren in New York geboren. Er studierte Klarinette und Komposition. Ende der 50er Jahre verbrachte er seinen Militärdienst in Deutschland. Nach seiner Rückkehr in die USA hatte er Kontakte zu der New Yorker Theater-Avantgarde und zu Akteuren des Modern Dance. Mit dem Trio The Open Window komponierte er die Musik für die Revue O. Calcutta Ende der 1960er Jahre. Diese Produktion schrieb Theatergeschichte. Sie ist die Show, die am längsten lief am Broadway, nämlich 13 Jahre lang. Skandalumwittert war sie auch, denn die Darsteller waren größtenteils nackt zu sehen. 1970 lernte Walden George Tabori kennen, mit dem er in den nachfolgenden Jahren über 50 Produktionen in den USA und Europa erarbeitete. Stationen dieser Zusammenarbeit waren unter anderem das Burgtheater Wien, die Münchner Kammerspiele und das Berliner Ensemble. Ende der 80er Jahre gründete Walden den Studiengang Musical Show an der Universität der Künste in Berlin. Damit war er maßgeblich an der Entwicklung der deutschen Musical-Landschaft beteiligt. Aber was lässt sich über die Musik sagen? In Goldberg stehen einige Musiknummern ganz in der Musical-Tradition der 70er, 80er und 90er Jahre. Daneben gibt es Charleston, Cha-Cha und Soft-Shoe, eine Vaudville-Musik der 30er und 40er Jahre zu hören. Aber auch moderne, populäre Musikstile wie Soul, Hardrock und Rap sind klar erkennbar. Für eine Nummer stand ein neapolitanisches Volkslied Pate. Aber in dieser ganzen Vielfalt der Genre ist auch immer wieder Bach zu hören. Manchmal wird man eine seiner Variationen wiedererkennen als Begleitung zu einer von Walden komponierten Melodie. Der Titel unseres Stückes ist natürlich aus Johann Sebastian Bachs berühmter Komposition für Klavier entlehnt, die als Höhepunkt der barocken Variationskunst gilt. Über der Basslinie, einer Arie, sind 30 Variationen von höchstem Schwierigkeitsgrad komponiert. Zwischen 1733 und 1741 entstanden, hat sich der Titel, unter dem wir das Werk kennen, erst im 19. Jahrhundert, also lange nach Bachs Tod, allgemein durchgesetzt und geht auf den Bach-Schüler Johann Gottlieb Goldberg zurück. Dieser sollte eine Anekdote nach seinem Dienstherren, dem Grafen Hermann Karl von Kaiserling, in langen schlaflosen Nächten aus Bachs Komposition vorspielen. George Tabori greift in seinem Schauspiel das musikalische Schema der Abwandlung auf. Er zeigt anhand von Geschichten aus der Bibel komödiantische Episoden über menschliches Scheitern auf. Er zeigt anhand von biblischen Geschichten komödiantische Episoden über menschliches Scheitern auf. Im Folgenden nun mehr zum Inhalt. Eine Theatergruppe will die Bibel von der Genesis bis zur Passion auf die Bühne bringen. Das Ensemble scheint den wahren Theaterbetrieb zu parodieren. Es gibt eine zickige Diva, rebellische Schauspieler und eine Technik, die nicht funktioniert. Aber im Mittelpunkt steht der gottgleiche Regisseur Mr. Jay. Die Ähnlichkeit zu Yahweh dürfte beabsichtigt sein. Und dieser hat Schwierigkeiten, seine Kunstschöpfung in den Griff zu bekommen. Die Proben sind eine Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen. Der Leidtragende ist sein Assistent Goldberg. Dieser wird von Jay gnadenlos angetrieben, ohne jemals die geringste Wertschätzung zu erhalten. Dennoch hält Goldberg loyal zu Mr. Jay. Er fordert sich so manches ab für das große Ganze. Der groteske Höhepunkt ist schließlich erreicht, wenn Jay Goldberg auffordert, Jesus zu mimen. Der Theaterkritiker Gerhard Stadelmeier zog die Schlussfolgerung. Gott führte Regie, aber Jesus muss die Premiere retten. Die unperfekte Schöpfung ist also Hauptanliegen dieses Stücks, das Tabori mit Tiefsinn und Witz ergründet. In einer Welt, die von Geburtsfehlern nur so strotzt, ist der Mensch zum Scheitern verurteilt. Aber auch Gott scheint Probleme zu haben. Mensch und Gott müssen sich improvisierend mit den Unwägbarkeiten einer verkorksten Kreation herumplagen. Warum ist die Welt nicht ideal eingerichtet? Wie kann ein Gott, der als allmächtig und gütig gedacht wird, das Leiden und das Böse in seiner Schöpfung zulassen? Das Stück ist offen in seiner Deutung. Man kann es religiös, man kann es nicht religiös auslegen. Zur Einrichtung der Welt, ob mit oder ohne Gott, gehört, dass der Mensch das Leben, die Liebe, das Glück, nur gebrochen erfahren kann. Die menschliche Existenz ist unauflösbar mit dem Scheitern verbunden. Sich und seine Mitmenschen als Scheiternde zu verstehen und zu bejahen, ebnet den einzigen Weg zum Humanismus. Regisseur Christian Brey und sein Team ging es bei der Inszenierungskonzeption darum, das musikalisch unterhaltsame Genre voll zu bedienen, wenn nicht gar zu überbieten. Mit dem bekennenden Musical-Liebhaber Brey konnte das Staatstheater, einen hochgehandelten Theatermann und Spezialisten für musikalische Komödien gewinnen. Vom diskreten Wortwitz über Comedy und Parodie bis zu Nonsens, beherrscht er die gesamte Klaviatur von Komik auf der Bühne. Sein Gespür für Timing und sein Instinkt für das Skurrile schaffen eine elastische Mechanik des Komischen. Die Bühnen- und Kostümbildnerin Annette Hachmann hat eine bunte, glitzernde Bilderwelt entworfen, die an die Bühnenästhetik einer Fernseh- und Tanzshow angelehnt ist. Typische Elemente wie die obligatorische Showtreppe dürfen nicht fehlen. Fahrbare Großrequisiten, die Pflanzen und Tiere darstellen, füllen innerhalb eines Augenblicks den Raum und sorgen für optische Opulenz. Auch die Kostüme des Tanzensembles unterstreichen den Showcharakter des Abends. Angeregt von Revüen blitzen bunte und glitzernde Stoffe auf. Neben biblischen Gestalten, fantasievollen Tierfiguren und exotisch anmutenden Showtänzern erinnern die alltäglichen Kostüme von Goldberg und Mr. J. daran, dass sich alles noch im Probenstadium befindet. Der große Tag der Premiere steht noch bevor. Sechs vielfach begabte Musical-Darsteller wurden für diese Produktion gecastet, um die sechs Mitglieder des Schauspiel-Ensembles gesanglich, schauspielerisch und tänzerisch zu unterstützen. Choreografin Doris Mahles waren Bewegungsbilder wichtig, die jeweils den Charakter der einzelnen Musiknummern betonen. So wird zum Beispiel der Charleston-Rhythmus in Goldbergs Dance in den gleichnamigen Tanz überführt. Große repräsentative Tanzformationen wechseln in humorvolle Körperarrangements über. Clemens Runkowski hat als musikalischer Leiter die Musik Stanley Waldens genre-spezifisch und dennoch überraschend arrangiert. Mit seinen zwei Brüdern und drei weiteren Multi-Instrumentalisten geben sie die ideale Besetzung, um das reiche musikalische Material nuancenreich zu Gehör zu bringen. Die sechs Musiker begeisterten schon in Alice, Ein Sommernachtstraum und Monty Pythons Spamalot. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesen Ausführungen ein wenig Lust machen können. Ich wünsche Ihnen einen aufregenden und anregenden Theaterabend.